hey leute und damit herzlich willkommen zum zweiten video auf diesem kanal heute werde ich euch ein bisschen über mich erzählen und darüber erzählen was auf diesem kanal überhaupt kommen wird herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir spielen heute auf der midwestern und ich habe ein paar viele themen dabei das erste thema würde ich gerade sagen wir mal wieder ein schöner maus abuser leute und zwar möchte ich heute einfach ansprechen dass ich wieder von meiner klassenfahrt zurück bin und ab jetzt ferien habe deutet sogar für euch das jetzt wieder aktiver videos bringen werde ich komme zu einem neuen video auf meinem kanal wir spielen heute ein paar runden badwars heute mit der holz challenge ich verstecke mich als holzgen die man scherz ist einfach nur eine nix begrüße ich euch zu einem neuen video auf meinem kanal und wie ihr jetzt oben rechts oder oben links sehen werdet kommt jetzt langsam eine handcam aus dem flug leute und damit herzlichst willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich hoffe es wird euch nicht allzu doll aber ein bisschen krank geworden und damit herzlichst willkommen zu einem neuen video auf einem kanal und zwar wir sind beim letzten mal bei dem thema stehen geblieben dass ich ja und damit herzlichst willkommen zu einem neuen video auf einem kanal wir spielen heute in ein paar runden badwars fix 3 das ist ja das neue update auf revie es gibt der jetzt wie gesagt fix 3 und ich dachte mir einfach dadurch dass ich das so noch nie bringen konnte herzlichst willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und zwar ist es jetzt der zweite teil meiner geschichten story time in anführungszeichen wo ich euch einfach mal so erzähle wie ich auf badwars überhaupt gekommen bin hey leute und damit herzlich willkommen zum zweiten video auf diesem kanal und herzlichst willkommen zu anderen video auf einem kanal